Nachwuchs für das Handwerk besucht. Die Handwerkskammer Schwerin lädt am 18. Januar zum großen Tag der offenen Tür. Auf der größten Berufsinformationsmesse der Region präsentieren sich mehr als 50 Aussteller aus vielen Gewährten. Mit jeder Menge Informationen rund um aussichtsreiche Ausbildungsplätze und vor allem auch Gelegenheit vieles vor Ort gleich auszuprobieren. Feuerwehr, frisieren, reparieren, Tischlernen und vieles mehr. Wer mitmacht, kann bei der Werkstatt Rallye ein Apple iPad der neuesten Generation gewinnen oder sich gleich mit der Lehrstellenbörse den Traumberuf sichern. Am 18. Januar von 10 bis 15 Uhr im Bildungszentrum der Handwerkskammer in der Werkstraße 600. Der Eintritt ist frei.